Musik In Deutschland, in der Lokhalle zu Möttingen! Willkommen in der Basketball-Rotstars Nummer 1! Nur die Sportmetropole in Reine-Delta! Die Universitätsstadt Göttingen schickt drei Teams in die Belletage des deutschen Basketballs! Das Herren-Team, das Damen-Team und das Nachwuchsteam in die NBBL! Ja, die Zeit des Wartens ist vorbei! Endlich ist wieder Basketball-Grün in Göttingen! Die Feindchen blühen prächtig und sind tatkräftig gedüngt! Wir freuen uns auf eine neue Saison, die am 21. September um 18 Uhr hier beginnt! Es begrüßt Sie zunächst, der Geschäftsführer des Wartens, Marc Trotz! Dankeschön! Dankeschön! Hallo und herzlich willkommen hier zur Teampräsentation im Namen der Start-up 5 Göttingen! Ich freue mich, dass so viele in der Lokhalle gefunden haben! Die neue Saison steht in den Start-up 5! Uns erwarten wieder spannende Spiele und eine einmalige Amosphäre vor allem hier in der Lokhalle! Ich möchte all denjenigen danken, denen Basketball-Bundesliga in Göttingen am Herzen liegt, für die großartige Unterstützung auch in der zweiten Saison! Jedes Top-Team braucht einen Unterbau! Und den gibt es in Göttingen dank einer vorbildlichen Nachwuchsarbeit über Jahrzehnte! Göttingen ist bekannt vor Basketball-Nachwuchsarbeit, vom Allerallerfeindsten, dank den vielen Übungsleitern und Betreuern, die diesen tollen Unterbau immer wieder in Göttingen schaffen! Und wir stellen vor, zunächst das Nachwuchsteam der BG Damen! Hier sind Claudia Pruzzi, Lucy Zürich, Mara Wimler, für die schöne Stolte Eckers, Meisling-Gürtchen, Laura Benilla und Mara Rösser! Und hier kommt der Ausbau und der End! Hier kommt das MBWL-Team Göttingen! 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 Und hier kommt der Kopf des NBA-Teams! Hier dann kommt die Teammanager Sebastian Ko kalian Findung Housman conn! Und hier hier kommt der Kopf des NBA-Teams! Team Hübscher und Hitbox-Martin Nürnberg! Was wäre Spitzensport ohne die entsprechende Betreuung? Und da hat es sich umgesprochen, da ist Götterin inzwischen die Nummer 1 mit in Deutschland! Denn es gibt ein Team hinter dem Team! Und hier kommen Sie! Physikherapeutisch und ergeblich werden die beiden Mannschaften, die auf die Wahl von Drea sind von einer jungen Freude! Patrick Misra, Uwe Klasse, Artur Nikolajci, André Weimer und Stefan Adler! Sind die Stilz der Liste? Die Mannschaftsärzte Prof. Dr. Wolfgang Schulz und Privatprozent Dr. John ist da! Teammanager der Herren Jan Schieke, Betreuung der Damen Arthur Kinsch und Carola Fahlwitz! Assisten-Coach der Damen Jennifer Kranz! Die Assisten-Trainer der Herren Peter Günschel und Martin Biedemeyer! Und wenn Sie die NBL-Team sehen wollen, NBL-Eröffnung in der Vorbereitung bis nächstes Wochenende! Die Runde, die ihr da habt! Die Runde, die ihr da habt! Die Runde, die ihr da habt! Musik 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 Musik